So meine lieben Leute, ich denke mal das wird das kürzeste Infovideo ever und ja, vielleicht kriegen wir es auch nicht mal alle mit, denn morgen ist es wieder soweit Abo Battle am 18.09. Ja, wahrscheinlich wird das Video erst morgen früh oder so oben sein und alle die dann ja spannend immer bei mir reingucken in den Channel, die werden auch kräftig damit belohnt denn die bekommen dann mit, dass jetzt morgen Abend dann wieder so ein kleines Abo Battle läuft Ich habe mir überlegt, wir spielen von 19 bis 20 oder 20 über 30 eine Runde Aram und zwar weiß noch nicht genau wie viele Runden, so wahrscheinlich so drei, wie wir es schaffen auf jeden Fall nur Aram, das heißt die Bewährungsprobe Klufterbeschwörer ist diesmal nicht angesagt 19 bis 20 über 30 circa, plus minus, keine Ahnung Ja, eine Runde zocken Seid in dem Chatroom online und das Passwort zu dem Raum, wo wir drin spielen werden Also ja, zu der Runde werde ich ein paar Minuten vorher, also fünf Minuten vorher hier nochmal in diesem Video in die Kommentare schreiben, somit ihr alle nachjoinen könnt So, das war es auch schon als Info und ich freue mich morgen auf euch, wenn wir dann wieder mal eine Runde zocken so wie wir es immer getan haben Ciao Leute, bis dann, euer Ewe Buschi LP